Ein paar Worte zum Start. Die LIA-Skript-Laufzeit-Umgebung behält den internen Zustand der folgenden Elemente bei. Je nachdem, wo Sie Ihre Kurse ausführen und je nach Version. LIA-Skript läuft derzeit in drei verschiedenen Umgebungen. Sie können entweder Kurse über die Projekt-Website teilen und lesen. SCORM-Pakete generieren, die in ein LMS hochgeladen werden können oder eigenständige Websites erstellen. Wenn Sie Ihren Kurs über die Website teilen, werden alle Kurse und der aktuelle Kursstatus lokal in der Browser-Datenbank-Indexe-DDB gespeichert. Alle starten. Nun. Punkt. Punkt. Der interne Zustand der vorherigen Komponenten bleibt nur erhalten. Wenn Ihr Kurs eine Version größer oder gleich hat 1.0.0 Die Standard-Version ist 0.0.1 Was bedeutet, dass sich der Kurs im Entwicklungsmodus befindet und sich daher die Struktur Ihres Kurses jedes Mal ändern kann. Wenn ein Benutzer den Kurs neu lädt, werden alle Status gelöscht. SCORM steht für Shareable Content Object Reference Model und ermöglicht es Ihnen, den Kursstatus direkt in jedem LMS zu speichern, das SCORM 1.2 unterstützt. Für diesen Fall müssen Sie unseren Exporter verwenden, der Ihren Kurs in eine SCORM-konforme, SIP-Datei übersetzt. Ob Ihr LMS SCORM unterstützt, können Sie in unserer LMS-Übersicht überprüfen. Sie können auch unser Exporter-Tool verwenden, um einzelne Webseiten Ihres Kurses zu erstellen. Diese Basis unterstützt jedoch nur das Speichern von Benutzereinstellungen, wie Stil, Modus und so weiter. Dieser Basis-Connector wird auch für den Live-Server und die Editoren verwendet. Wenn Sie Entwickler sind und die LIA-Script-Unterstützung erweitern möchten, um den Status in Ihrem Backen zu speichern, dann ist dies der richtige Ort. Dieses Modul stellt eine abstrakte Klasse bereit, an die alle State-Füll-Daten gesendet werden. Sie können einfach von dieser Klasse erben und den Zugriff auf Ihr System implementieren. Weitere Informationen zur Versionierung und deren Verwendung finden Sie im Abschnitt. Version innerhalb des Abschnitts-Makros. Aber im Moment ist es in Ordnung zu wissen, dass Sie Ihre Kurse frei anpassen, umstrukturieren und teilen können, wenn Sie sich im DEV-Modus befinden. Wenn Ihr Kurs startbereit ist, verwenden Sie die Versionsverwaltung, um den Status Ihrer Benutzer beizubehalten.